Wann wird die Deutsche Bahn endlich pünktlich? Im 2030, da wird der Taktverkehr endlich eingeführt. Okay, für die Umsetzung bekommt die Deutsche Bahn vom Start 52 Milliarden Euro. Oh, okay, danke. Im 2030 wird die Deutsche Bahn pünktlich und zuverlässig sein. Eine Ewigkeit später. Du, ähm, wir werden uns vielleicht klitzekleines bisschen verspäten. Ach, halb so wild. Wie lange denn? 2, 3, 4 Monate? 40 Jahre?